Sie spielen mit dem Feuer. Es ist ein bisschen ein Tanz auf dem Vulkan oder das Reiten der Rasierklinge. Ich weiß es nicht. Noch ist alles beim DAX nicht so schlimm. Wir werden uns aber gleich den Dow noch angucken. Und da wird es sehr spannend. Da freue ich mich gleich mit euch da einen genauen Blick drauf zu werfen. Doch bleiben wir erstmal beim DAX hier im Index Update am Nachmittag. Da gibt es eigentlich im Großen immer noch nicht viel zu sagen. Die Marken da unten hat er nicht angesteuert. Wir hatten ja sogar eine Trading-Idee für die Longseite. Können wir noch mal ganz kurz reingrätschen hier auf der Elliott-Variante 5 Minuten. Das sah zu dem Zeitpunkt noch irgendwie so aus. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich es gezeichnet habe, aber irgendwie so aus. Da habe ich gesagt, naja gut, wenn der jetzt dann da oben das, also als wir es gezeichnet haben, war es wohl noch so. Nämlich letzte Tief, vorletzte Tief, das Hoch dazwischen. Dann ist es noch einmal weitergefallen. Da, an der Stelle, da hätte man noch sagen können, okay, man passt das Ganze ein bisschen an. Auf das letzte Zwischenhoch, das wäre dann die Marke gewesen beispielsweise. Also es gab ein Angebot für die Bullen. Sie hätten nur noch zugreifen müssen, aber die Bullen haben gesagt, von wegen, machen wir gar nicht. Sie sind dann unter die blaue Kiste nach unten durch. Also die blaue Kiste ist von der Länge, könnte ich sie breiter zeichnen, das ist egal. Aber von der Höhe hier und spätestens an der 78,6er ist das natürlich mit dieser Long-Idee dann vorbei. Richtig short war jetzt auch nicht so richtig der Burner. Ich hatte ja einen Trade vorgestellt mit dem blauen Bornbar. Der war auf der Unterseite zumindest mal noch nicht so richtig der Burner, nicht ganz dramatisch. Wir konnten schon ein bisschen nachziehen, aber den hatte ich euch ja vorgestellt mit den Marken. Ich habe das ja noch parat und die Gegenseite kann man noch handeln. Also der ist noch nach wie vor gültig, solange die Cancel-Mark nicht erreicht ist, die ich genannt habe, passt das noch. So, das ist ein kurzes Intermezzo gewesen, einfach hier auf dem Future mal. Aber wenn wir schon hier im kurzen Future sind, also aktuell hat man nicht wirklich den Eindruck, dass die Marktteilnehmer richtig Bock haben zu kaufen. Es sieht danach aus, als ob wir dieses Niveau, was wir hier angedeutet hatten, also nicht hier so sehr, sondern gezeichnet hatte ich das mehr beim Index hier, dass er das wirklich noch abfrühstückt. Merkt euch dazu die Tiefmarke hier, ungefähr 15.400. Es darf tiefer gehen, aber so in diese Richtung. Ja, da müssen wir wohl mit leben, dass das nicht unrealistisch ist. Das ist kein Pflichtprogramm, aber es ist ein sehr, sehr typisches Programm. Also von was anderem auszugehen, dass das nicht sein kann hier, das wäre statistisch gesehen sicherlich nicht nachvollziehbar. Also im Moment Abwärtsmarkt, es gibt im Index oder auch im Future im Moment dann höchstens die Chance, wenn er mal so eine starke Bewegung macht, hat er, wenn er mal was Wackeliges macht, vielleicht, dann eben die Abwärtsseite nochmal weiter zu handeln. Das wäre denkbar, vielleicht kommt das in den nächsten Stunden nochmal. Die, die jetzt im Nachmittagshandel aktiv sind, können da ja nochmal drauf gucken, ob da der eine oder andere Trade noch möglich ist, für die, die größer orientiert sind. Und naja, dieses Niveau, das zählt noch. Jetzt habe ich eben den Dow angesprochen. Den müssen wir uns jetzt unbedingt angucken. Und zwar erst mal die Zeichnung, die ich euch seit vielen Tagen zeige. Wir gucken da nämlich gerne auf den Future. Das ist YM hier. Das ist das, was auch die ganz großen Instis gucken, die mittelgroßen gucken, die kleinen Vermögensverwaltungen und Insti-Händler gucken, wie wir das sind. Und viele Private zumindest mal als Orientierung sich angucken, zumindest mal die, die etwas größer aufgestellt sind. Klar, Handeln ist für Private häufig nicht so das Ding, aber zum Gucken durchaus geeignet, weil eben sehr institutionell gehandelt. Und da sehen wir, wir sind jetzt wirklich an der Unterseite. Wir sind jetzt eigentlich da, wo wir sagen, also bitte, bitte jetzt keine Fehler mehr machen. Also es ist nicht mehr wirklich viel Spielraum da. Warum das Ganze? Ihr seht, wir sind hiermit schon tiefer als das, dieser Hochpunkt hier. Und damit ist das schon ein latentes Zeichen. Mensch, überschnitten haben wir schon. Noch können wir uns ein bisschen über die Größe vielleicht versuchen, rauszureden. Aber das Argument wird so langsam aber sicher auch extremst dünn. Und das passt eigentlich hervorragend. Ich habe nämlich noch einen zweiten Chart für euch. Das ist hier der Dow Jones Future. Das Ding, was man normalerweise handelt. Ich weiß, viele von euch suchen sich dann CFDs raus oder manch einer dann Hebeprodukte in irgendeiner Form. Das ist alles völlig in Ordnung. Aber das ist quasi das Handelbare. Jetzt gucken wir mal auch hier auf den Index. Das ist der Dow Index. Den kann man natürlich nicht handeln, sonst würde er ja nicht Index heißen. Das ist für diejenigen, die sich jetzt verwirrt fühlen, der zeigt nur an, wie der Wert der Dow Jones internen Titel ist. Das ist einfach ein Punktwert, wie der DAX. Den DAX kann man nicht handeln. Wenn ihr irgendwas handelt, handelt ihr ein Derivat auf das Ding. Der Dow Jones ist der Index. Den kann man nicht handeln. Ihr würdet irgendetwas da drauf handeln, wie zum Beispiel den Future oder dann eben andere Derivate, die sich dann aus der Geschichte dann abhandeln lassen. So, also das nur so vorangeschickt. Und da haben wir ein etwas anderes Bild. Und wer sich jetzt wundert, das war doch eben schon mit der Überschneidung, das liegt natürlich an den Verfallszahlen. Und da muss man jetzt überlegen, wollt ihr es wirklich drauf anlegen? Ist es das, was ihr wollt? Ihr seid total bullisch, ihr seid total optimistisch, aber ihr legt es drauf an, dass man jetzt gucken muss, nehme ich den einen oder den anderen Kontrakt. Es spricht deutlich für die Schwäche, die aktuell im Markt ist, dass die Marktteilnehmer eben nicht versuchen, nö, 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 ich kaufe so schnell ich kann wieder, sondern dass sie wirklich es aufs Letzte ausreizen, um festzustellen, geht das noch oder geht das noch nicht. Die blaue Kiste hier ist nicht eine Zielmarke in dem Fall. Ich habe einfach mal die Korrektur hier vorne so halbwegs mal eingefangen und hier hinten das nochmal, einfach damit wir mal so ein bisschen eine Größenordnung haben. Mir kommt es gar nicht so sehr auf die Dauer an, sondern mir kommt es mehr auf die Höhe an. Also insofern sind wir indexbezogen. Immer noch ein bisschen kleiner als das, was wir da haben und immer noch überlappungsfrei. Wir wollen ihm das mal zugutehalten, dem Index, dass es noch kein Drama ist. Aber er spielt wirklich mit dem Feuer. Das muss man wissen. Er sitzt zwischen 500 Dynamitstangen und sagt dann, ich probiere das mit dem Feuerzeug mal aus. Also so ist das hier tatsächlich. Warum das Getue hier drum? Weil wenn diese Bewegung tatsächlich überschneidend ist, dann ist das nicht klassisch impulsmäßig, sondern ist es etwas, was, wenn es nochmal hoch geht, aber dann auch erstmal das letzte Mal hoch geht, bevor es dann nochmal runter geht. Zwei Varianten. Entweder es geht dann von hier sogar direkt runter, mindestens mal aus meiner Sicht in diesem Bereich. Bisschen höher, vielleicht auch tiefer. Vielleicht dann tiefer. Das müssen wir dann entscheiden. Also da machen wir noch keinen Fass auf, was er danach macht. Aber dann haben wir das Türchen hier aufgemacht. Es gibt die Variante noch, dass er nochmal einmal hoch geht. Und wenn ihr jetzt sagt, dann hilft es mir ja wieder nichts. Doch, doch. Wenn er hier wirklich diese Überschneidung macht, dann ist das Thema 38.000 vorläufig nicht relevant. Ihr wisst, noch bin ich ein Freund. Lass ihn doch nochmal auf 38.000 plus x steigen. Wenn er oberhalb bleibt, würde ich ihm sogar sagen, er schafft es sogar noch mehr. Die Argumentation ist, erste hoch nach der großen Korrektur, zweite runter und jetzt sind wir in der dritten. Erste der dritten, zweite der dritten, jetzt kommt die dritte der dritten, erste der dritten der dritten, zweite der dritten der dritten, dritte der dritten der dritten, vierte der dritten der dritten, fünfte der dritten der dritten. Jetzt kommt das Pendant zu dieser Korrektur. Wäre dann ja, weil wir ja von höher starten, auch in ähnlicher Größe, also ich habe das jetzt mal willkürlich gezeichnet, aber das sieht man schon, das ist eine ähnliche Größe und größer als die Korrekturen und kleiner als die Korrektur. Also man würde wohl sagen, okay, und dann seht ihr, das wäre durchaus möglich, dass das überschneidungsfrei bleibt. Und dann käme die fünfte der dritten und anschließend käme wieder so ein Kollege hier, ähnliche Größe hier. Könnte ebenfalls, kann ja sein, dass es noch ein bisschen länger ist und die Kleinigkeit kleiner ist, irgendwie sowas, überschneidungsfrei bleiben und dann käme quasi noch zu der ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, ist noch mal höher. Also ich sehe sogar realistische Chancen, dass der Kurs noch deutlich höher geht als 38.000, 39, vielleicht 40, irgendwie sowas in der Richtung. Noch. Aber dafür, verdammt noch mal, beherrscht euch hier, wenn ihr da durchrutscht, ist dieses Bild, was ich gezeichnet habe, überhaupt nicht mehr mein Favorisiertes. Dann ist das arg beschädigt. Also zumindest mal so, wie ich es jetzt gezeichnet habe, wäre es erstmal hinfällig. Es gibt sicherlich noch Varianten, die trotzdem hochgehen, aber die sind statistisch so vertreten, dass ich sage, ja, da muss ich jetzt nicht mein Geld reinsetzen. Zumindest mal nicht im ersten Moment. So, und die andere Variante, die ich eben noch zeigen wollte, selbst wenn er danach noch mal überschneidet und danach noch mal hoch geht, dann erst nach unten. Das wäre ebenfalls noch möglich, aber damit sind die großen, hohen Bilder erstmal unrealistisch. Was heißt unrealistisch? Aber deutlich, deutlich weniger wahrscheinlich. Also, noch ist nichts passiert. Noch würde ich an den Zielen, die wir mal genannt haben, 38 plus oder 38, weiß ich nicht mehr genau. Das Pandora beim DAX ist dann diese, was haben wir gesagt, 18.100, keine Ahnung, aber irgendwie sowas in der Richtung. Noch ist das in Ordnung. Beim DAX auch, da sind wir ja noch ein bisschen entfernt von dem, wo er wenden sollte. Aber er ist hier ganz schön knapp unterwegs. Die lassen es wirklich drauf ankommen. Behalten wir das im Blick. Wir werden die nächsten Tage häufiger da drauf gucken, was er macht, wie er es macht. Also rechnet damit, dass das durchaus entscheidend ist aus charttechnischer Sicht. Und wir wissen, dass viele eben mindestens auch charttechnische Gesichtspunkte mit einfließen lassen. Wer rein fundamental argumentiert, der wird natürlich sagen, es ist mir doch egal, was der Chart macht. Naja, es geht nicht so sehr, was der Chart macht. Es geht darum, was die anderen Marktteilnehmer machen. Denn der Chart ist natürlich völlig unwichtig. Es ist entscheidend, was die anderen machen. Und wenn die anderen anfangen, sich doof zu verhalten, dann finde ich das schon nicht unrelevant. Also insofern verhalten wir das streng im Auge. Er ist wirklich beim Future, so auf Pius den Letzten. Das ist beim Index noch ein bisschen, ist noch Platz. Aber er lässt, also die Marktteilnehmer lassen es offensichtlich drauf ankommen. Das ist beim S&P ja offensichtlich auch so. Wir haben ja schon gesehen, also hier muss jetzt entschieden werden für Long. Sie haben sich nicht dafür durchringen können. Das zeichnete sich ja hier ab, dass wir mal, einmal hatten wir glaube ich hier irgendwie was, wo wir gesagt haben, vielleicht geht da noch was. Aber hat es dann letztlich dann auch nicht wirklich richtig getriggert für gute Laune Trade nach oben. Also aktuell ist es wohl die Short-Seite, die immer noch gilt. Und jetzt, wo wir so tief runter sind, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß noch nicht so genau, kriegen wir jetzt tatsächlich nicht diese Marke hier. Und das wäre jetzt mal sehr spannend, wie der Dauder darauf reagiert. Für den S&P wäre das noch kein Drama. Also wenn der jetzt tatsächlich sowas machen würde, in der Größenordnung wäre noch in Ordnung, dann wären wir halt im Pandor zu dieser Bewegung, was ich jetzt auch nicht super schlimm finde. Im Prinzip das, große Korrektur, das, kleine, das, kleine, das, jetzt wieder diese Größe. Die Hoffnung war so ein bisschen, nee, wir bleiben noch mal in dieser Größenordnung, aber das ist ja nun durch das Thema. Jetzt ist die nächste Korrekturgröße eigentlich ungefähr wieder diese. Und wir müssen damit rechnen, dass wir um die 4.300 landen. Das kann kürzer sein, kann auch ein bisschen länger sein. Hier ist allerdings die Marke zum Staunen und Durchfinden erst ein bisschen tiefer. Das ist entweder die vom 2. Februar, darüber könnte man jetzt, oder was war es? Na ja, Anfang Februar, Ende Januar, oder eben die Marke, die wir hier hatten im Mitte Dezember. Da kann man sich jetzt eine Stunde drüber streiten, welche die bessere ist von den beiden. Am liebsten will ich gar nicht mehr sehen, dass er die durchstößt. Aber das Türchen ist offen, auch gerne bis 4.250 in etwa, irgendwie sowas in der Richtung 60, 70. Allerdings muss das nicht auf einem Rutsch passieren. Denn ihr seht, auch diese Abwärtsbewegung hatte zwischendurch mal Gegenbewegung. Überschneidend, klar, korrektiv, aber Gegenbewegung. Also nicht so der Burner, was wir da gerade haben. Und auch hier ist es so, dass immerhin Abwärtsseite relativ stark, Aufwärtsseite relativ schwach. Allerdings ist das jetzt auch nicht so richtig überzeugend hier für die Abwärtsseite. Aber so schlimm ist sie ehrlich gesagt noch gar nicht. Also für die Intraday-Freunde unter euch, wir hatten einen Start, dann ging es hier in die Pause, dann hatten wir wieder einen Start, dann hatten wir hier eine Pause, dann ging es hier runter. Streng genommen könnte man sagen, naja, so eigentlich sieht das ja fast wie ein Fünfweller aus, wenn ihr jetzt eine A, B, C oder irgendwie was so in der Form hier wackelig in die Mitte kommt. Er war ja schon in der Mitte, aber ist nicht wackelig. Wenn er das noch A, B, C oder mehrfachmäßig macht, nehmt ihr zwischendurchst gerne als ein Trigger für nochmal die Short-Seite. Umgekehrt zu dem Beispiel vom DAX. Lasst euch nicht einlullen, lasst euch das bestätigen. Beim DAX sah das super aus, er hat es aber nicht bestätigt, weil er nicht getriggert hat. Er hat dieses Zwischentief nicht durchstoßen. Tja, und Nasdaq? Nasdaq ist jetzt in dem Bereich, das ist allerdings hier keine messerscharfe Linie beim Nasdaq, sondern das ist nur ein Größenvergleich. Also im Prinzip, ihr seht hier auch eben wieder das Verhalten, was wir hier die ganze Zeit hatten. Also jetzt hat er diese Größe erreicht. Die muss nicht gleich groß sein. Also die ist quasi nie Millimeter genau gleich groß. Aber es ist eine gute Orientierung. Und wir sind orientierungsmäßig da, um mit dieser, also mit dieser Korrektur hier, gleich zu ziehen. Wenn das, was wir hier haben, nicht diese Korrektur ist, dann haben wir hier vorne noch mal eine, die deutlich größer noch mal ist. Dann müssten wir damit, ich mache die mal bewusst jetzt hier wieder so ein bisschen anders von der Darstellung, dann müssen wir wahrscheinlich oder auch noch mal in dieser Größenordnung rechnen. Ich mache das mal ein bisschen versetzt daneben, dass wir also bis dahin gehen, was jetzt auch nicht so viel tiefer ist, aber das wäre jetzt ungefähr diese Größenordnung. Und alles, was da drunter ist, also massiv, das ist nur eine ungefähre Marke, es ist kein exakter Stopp, aber alles, was dann da drunter geht irgendwo, da wird es dann irgendwie sehr fraglich, was der Plan dahinter sein soll. Also beim Nasdaq alles noch in Ordnung. Es ist ja so, wie wir das typischerweise eben auch erwarten konnten oder mussten. Deshalb hatten wir es ja auf der Uhr, wir haben ja häufig genug das gezeichnet und drüber gesprochen, aber jetzt zählt es, die Marktteilnehmer hätten ein Angebot für einen Dreh und jetzt ist die Frage, greifen sie zu, greifen sie zu oder lassen sie es durchgehen. Im Moment sehe ich nicht, dass sie zugreifen, das können sich aber im Laufe des Nachmittags noch ändern, aber auch hier gilt, wenn ich mir um fünf Minuten, ja ne, fünf Minuten Chart, also für alle Freunde, die jetzt Intraday handeln wollen, wenn ihr gar nicht wisst, was Sache ist, guckt, was ist die Starke, was ist die vorherrschende Seite, ja, also was ist, wenn ihr eine Starke habt und eine wackelige Gegenseite, dann habt ihr immer eine ungefähre Idee, so irgendwie wackelig, steigende, tiefsteigende, hoch, ist eine Aufwärtsbewegung, aber ist halt sehr wackelig. Und hier haben wir wieder relativ starke Seite und wieder wackelig. Das sind jetzt Olle-Kamellen, die sind jetzt zu spät, um was draus zu machen, aber das kann ja jetzt hier wieder passieren. Wir haben wieder eine sehr starke Seite, wenn er heute Nachmittag, bis in die Abendstunden rein, irgendwie sowas bastelt und dann nach unten durchfällt, also hier diese Marke dann triggert, dann wäre zumindest vorläufig die Fortsetzung noch ein Thema. Ja, nutzt das wenigstens als eine Orientierung. Wechselt das Lager, wenn er jetzt irgendwie sowas macht. Steil nach oben und dagegen wackelig runter. Das kann er auch machen. Und viele sagen immer, ja, du kannst ja auch, ich weiß ja auch nicht, was die Zukunft bringt. Ne, weiß ja auch nicht, ich bin ein Händler, kein Wahrsager. Aber was ich sehe ist, wenn ich irgendwo eine starke Seite habe, eine dreiwellige Gegenbewegung, dann ist es sehr realistisch, dass diese Trendbewegung sich nochmal fortsetzt. Ist jetzt hier kein super Beispiel, weil es leider nicht die erste Bewegung ist. Dann kann man nicht zwingend sagen, dass es die gleiche Höhe ist. In dem Fall hat es funktioniert, aber das weiß man da nicht unbedingt. Aber wir wissen zumindest erstmal, in welche Richtung ich unterwegs bin. Und ich habe keine Ahnung, ob es jetzt Long oder Short weitergeht. Was ich aber weiß ist, was ich mache, wenn ich das sehe, dann sind es die Trigger auf der Unterseite für eine Fortsetzung. Wenn ich jetzt irgendwo einen Tiefpunkt habe, hier ist gerade ein Tiefpunkt und der Kurs macht jetzt entweder sowas hier im ganz Kleinen oder aber er macht jetzt erstmal mal einen Fünfweller irgendwie dynamisch hoch und dann eine Korrektur nach unten. Welche Richtung? Dann würde ich danach streben, das Zwischenhoch für einen Long-Einstieg eben zu nehmen. Also insofern, es ist, wer guten Willens ist, die Chance für den Dreh da. Aber die muss jetzt auch wirklich ergriffen werden, sonst wird das irgendwann mal düster. Dass es nicht für euch düster wird, dafür drücke ich euch die Daumen. In diesem Moment euch erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.